ja und ja und ich fände ich habe es gar nicht schlecht was er gemacht hat ne echt nicht aber sehr hier kommen wieder ein Thema wo wir drüber rum philosophieren können eisen während wir hier kohlen abbauen nein scheiße ich hab's nicht für kohlen nötig in dem eisen überbauen wir mal ein Kieser vielleicht gehen wir auch Feuerstein süßigst auf der Welt auch gar keinen Feuerstein da ist noch mehr eisen und deswegen ich weiß es nicht nur vorliegen sondern seinen Kanal und wir verlinken seinen Kanal in der Videoschein ja ich gucke ob ich das irgendwie hinkrieg da habe ich habe ich gesagt auch kein Punkt das zu machen äh jürgens hier und das ist einfach nur Arbeit ich soll nur ein Link kopieren aber es ist Arbeit Valentin du tust mir ganz von ganzem Herzen tust mir leid ich bin ein armes Menschen Euro Kohle habe ich jetzt 45 zu erreichen im Leben wer was also ich hab zwei sechs bloß dann kommen wir mal rum das Zehn ein und zwar ist es so will ich nicht mehr ich kann es sich um ich habe eine coole Höhle und trotz der Fakur bin ich da bin ich vorhin langgegangen das muss in der Ereignisse umdringlich um und dann ja ohne Eisen dann haben wir es ganz eisenkohle weg noch ich habe auch ein und bei der Hand er hat hier bin ich doch nicht okay ich weiß nicht welche Richtung ich gerade laufen muss und so schreibe meine kommen ist dass ich denn ich bin nur welchen Wicke 3 jemand überhaupt keinst frei hier ja wenn wenn das Weltkrieg schreibt doch mal schreibt doch mal durch die richtige Wegbeschreibung rein damit ich viel zu spät ja hier sagt man die Koordinaten rein und ja diese Navigationssystem wäre auch nicht schlecht ja nur ich komme ich komme nach einer Wiener dann auch aus denn da auch Kompass nun wollen wir nicht aushanden alles nach der Hüse und auch wie das er wurde dann sagt immer sagen 300 Meter rechts abbiegen muss und 300 Blüten sowieso mit mit Tonne ja da ich keine Fakten mehr dort hat er gar nicht lange ach 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 ich mit Katze er ist ganz sicher alle Penndüse du alle Penndüse alles geht richtig ab hier und ich war ja gerade mir macht das gerade richtig Spaß also mir macht es auch immer Spaß aber oh Mine und ich stecke jetzt bin ich fest aber ich krieg die Kohle ja noch oh spinnwebe ja haben wir nicht schon noch ein Dungeon ne ich hab ja gesagt ich muss zu anmachen nein ich hab nicht mein Schwert mit bitte jetzt kommt doch bei alle hier ein bisschen so da ist ein Dungeon ich brauche ein Schwert ohne Schwert läuft ja nicht ne das heißt ja noch recht monstern machen nein dann schon ab oder nur Fockel drauf weil ich meine Erfahrungspunkte ne dann muss ich wieder umbringen kann oh jungen 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 wer du bringst mich hier um was meine ich für Müll ich wäre schwer ich habe mein Gott ist mal wieder eingefangen ne und sie ist alles relativ flüssig dass wir doch keinen Cut gemacht haben oh guck mal den Erfolg an dir zu den Waffen also ich gehe mal wieder nach oben nach oben coole Sache ey ich glaub das ist das erste mal jetzt seitdem wir hier ein bisschen aufnehmen dass ich mal eine Mine gefunden habe ja das stimmt das stimmt da hat sich eine Fledermaus am Dungeon verbrannt das steht aber auch ganz einfach nicht Fledermaus kann es allgemein nicht ich bin blöd dass man für das Fledermaus keine Erfahrung kriegt mehr kriegt man gar nicht ja nicht naja ich meine das soll man extra Frauen kriegen weil so eine Fledermaus ist die extreme Schwerte ey komm hier gar nicht um den Dungeon rum hier ne auf jeden Fall habe ja jetzt ein paar Fäden ne ja dann bau den Dungeon ab guck hier ach das sind die Höhlen spinnt sind das die Höhlen spinnt ich glaub ne das sieht man nicht weil die alle weiß sind erfahrung Level 10 und der Babo hier Ups ne da war ja noch Eisen stopp Eisen ich kann es einfach gar nicht lol wo ist es ein da war doch Eisen oder mir fällt noch mehr Min also worauf ich gerade bock hätte er genau auf so eine Kiste hier aber es lasst du lapis lasst du die Laps lasst du die Schienen und Brot und Schienen habe ich auch noch nicht gefunden in der Küche Schienen habe ich auch noch nie gefunden Eisen ja Eisen ist sehr wichtig das ist das Eisen ist sehr impotent hier 58 Eisen will schon hier ich glaube jetzt herrscht kein Mangel und ich hoffe mal die Aufnahme klappt aber wenn die jetzt nicht klappt ich wenn wir ja noch Diamanten finden äh würde ich so ein Putin kriegen das glaubt ihr gar nicht ach das können sie jetzt ja gar nicht hören wenn sie nicht im Funst hätte hat Funzen wir haben dann noch einen Haukohle drin also Eisenherz geht erstmal vor ne Sand würde ich mal sagen dass er ein bisschen Fenster machen kann aber Eisenherz Eisen Egal wir können Eisen wenn ich daheim bin machen wir uns eine Rückmeldung Eisen da ist weniger wichtiger als Sand ja bei einer und sind sie ja unser Haus rein ja wir sind sehr durch Läger wie ein Schweizer Käse hier anix gegen die Schweizer Schweizer sind echt cool an die Käse auch nix ich mag Käse so so schreibt in die Kommentare welches Datum haben wir heute wir werden nichts sagen welches Datum haben wir heute jetzt könnt ihr euch wenn ihr die Folge davor oder die Folge halt also wer hat die Datum ist heute wo wir die Aufnahme hier machen also genau schreiten aber schon hier kommt ihr kriegt es raus wenn ihr aufmerksam zu müssen noch die Uhrzeit ne meine Uhrzeit die kann er nicht rauskriegen ja aber ich weiß es ist nicht anders ich weiß es hat uns selbst nicht mehr das ist eigentlich da unten ja schon aber aber scheiß drauf man ist nur ein ich weiß es noch immer geschützt ist aber wir singen hier ja wir haben hier allein unterhalter in die Sonne Alter das ist ein geiler Blick naja deswegen habe ich auch hier das Fensterchen gemacht hier ne und die muss ich auch noch ich muss mich anstrengen ich will der King of Kills werfen was ich erhöhe ich bin ich denn da 35 dann müssen wir noch ein bisschen abwärts bis wir zu diamanten kommen aber ich hab grad kein bock auf dir also ich hätte schon bock auf dir ist aber keine lust jetzt irgendwo fünf Kilometer runter zu wahren wenn ich bin glaube ich gerade fünf Kilometer runter gesprungen oh warte mal das war ja das falsche toten bock bist du schon eher gestorben nein aber muss ja irgendwo anders hin schreiten wenn wir da unser Fenster haben never King of Kills oder so wie es jetzt hinschreiben ne ey ich wusste es dick wußt's was hast du gewusst so das muss einfach sein boah johne ich will aber weniger als zeig auf mir oben eine eisenspitze glaub wenn meine eisenspitze ist komm ich heim glaub ich schön hier ne der sieht echt cool aus nicht dass er anfängt seine eisen rüstung zu kraften dafür habe ich nicht genug eisen ich kann nur eine glasrüstung machen ach ha 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 da war doch alter hier ist irgendwie ein bisschen was verstopft der haben mal verstopfungen hier da können wir so einen schönen Balkon hin machen nur holz hätten da ist glaube ich noch ein Dungeon irgendwo dann ist immer noch in der Mine ja mann ne doch kein Land ja aber Truhe da komme ich nicht durch so ist zu fett nur ein bisschen abnehmen ne kann man nix sagen muss ein bisschen abnehmen nein Spaß da muss ja auch nämlich oder du ich bin natürlich da naja ein bisschen übergewichtig muss ich schon zugegeben nein Spaß ich betreibe hier ein bisschen sport ein bisschen ja ja ich mache ja auch gerade sporten hören aber ich kriege auch kein Hunde klein wegen da und so machst du gerade ja ich habe nämlich hier in der Gegend naja aber ich mache jeden Tag mein Fahrrad zur Schule also ich betreibe mich auch nicht nein ich war es nicht ich bin nicht ich schuld ja ja doch weil du das immer noch das Zeug schon stehen lassen wo da unten du laberst ich kann da nicht heim dort hätte ich heim kommen sollen keine Ahnung mit Schatz Laufen ist Kohle eigentlich wichtig nein nein ich meine jetzt wenn wir hier jetzt 1 2 3 4 64er Snacks ja Kohle ist immer wichtig irgendwann haben wir keine mehr dann würde ich sagen ach hätte ich doch damals die Kohle mitgenommen ja damals so für 30.000 Folgen ja ja ich auch nur die drei Kohle mitgenommen dann hätte ich mir jetzt ein Eisenrüst ein Eisenschwert machen können oder wäre ich jetzt nicht vom Creeper zerstört worden ach damals damals war früher war alles besser ne muss man sagen was ist das oh Sand früher gab es die guten und die bösen was mein für ein Eis das ist immer mal ich meine es ist dumm sein ich baue hier grad mit Holz und dumm Ideen haben ich bin ich nicht oh da ist das Eisen schlau ist nur der der sich dumm stellt aha guck mal wie schlau ich philosophieren philosophieren äh wie muss ich wieder rüberkommen dafür werde ich jetzt den Stein hier abbauen ne naja mit der Hand natürlich ich habe doch kein Werkzeug aber ich glaube ich habe ich habe jetzt einfach Polava ja ich bin jetzt habe ich die Spielsacke gekriegt jetzt kann ich nämlich hier wieder abbauen das heißt dann haben wir auch wieder ne boh bin ich schlau ja aber der ganze Sand ist weg alter wo ist der Sand hin da liegt er doch oder oder wo ein bisschen sein wo ich da ganz anders fand ja doch noch mehr fand oder das ist meine kommentare schreibt schon kommentare wie wir das hatten wir würde ich gerne mal wissen schreibt die exakte Zahl wenn du ein kleiner abweich und und ich wüsste wissen wir sind so zirka so 4 6 oder 5 6 und gold gold weil ich habe nur noch ein gold oder steigen gold h so jetzt langsam nach hause kommt vielleicht 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 wenn ich ein finde es ist es ist dann schon ich habe nur total wenig Sandauer dann ist es glaube ich dass alles für uns schuld nur alles mal ach ich bin hier das war ja die fette stelle mit abspecken muss ich weiß ich bin jetzt wo ich runter springen muss wenn ich sterben will toll sagen ich hätte auch sterben ich bin eben nix gegen das ich habe ein freund als immer nein 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 wie meinst du denn ich war so heißen wir haben so wenig hier wir haben noch ein 64er steak ja